Guten Tag meine Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich zur ersten Folge von Schumanns Insights. Wir wollen mit diesem neuen Format Sie in regelmäßigen Abständen über Entwicklungen aus dem Kredit- und Risikomanagement informieren. In dieser ersten Folge heute will ich darüber reden, wie den Ratingsysteme nach der Corona-Krise oder während der Corona-Krise reagieren, reagieren werden und welche Konsequenzen das zum Beispiel für das Risikomanagement und die Limitvergabe von Unternehmen hat. Wenn wir, meine Damen und Herren, uns die aktuellen Entwicklungen ansehen, so kann man sagen, dass tendenziell Unternehmen, die ja alle den Lockdown gespürt haben, dadurch betroffen sind, dass, ich glaube, das kann man sagen, von wenigen Ausnahmen abgesehen, sie weltweit von reduzierten Erfolgsaussichten betroffen sind. Wenn wir das versuchen, ein bisschen abzuschichten, dann ist das im Wesentlichen von zwei Aspekten abhängig. Zum einen der Branche und zum zweiten des jeweiligen Absatzgebiets. Wir haben also Branchen und wir haben Länderrisiken. Wenn wir den Consumer-Bereich betrachten, so können wir sehen, dass dort Unternehmen eigentlich kaum Umsätze nachholen können, die ihnen entgangen sind. Beste Beispiele, Hotel- und Gastronomiegewerbe, aber auch der gesamte Bereich der Touristik, Einzelhandel auch im Bereich der Bekleidung. Sommerware wird jetzt nicht unbedingt in dem Maße nachgekauft, wie man das im Frühjahr getan hätte. Aber auch der B2B-Bereich ist massiv betroffen, meine Damen und Herren. Und wir sehen die Auswirkungen da, auch aufgrund der Staatshilfen, auch aufgrund des Kurzarbeitergeldes, eigentlich noch nicht. Wir haben Probleme auch vorher schon gehabt im Maschinenbau. Wir haben Probleme in der Automobilindustrie. Und wir werden durch zurückgestellte Investitionen auch Probleme bei Ausrüstern bekommen. Hier spielt insbesondere auch die Exportabhängigkeit des jeweiligen Unternehmens eine Rolle. In Europa liegen Staaten wie Italien und Spanien, aber auch Großbritannien, aufgrund der Corona-Krise auch wirtschaftlich da nieder. Wenn wir uns das weltweit angucken, sehen wir, dass die USA als Staat, in dem wir viel exportieren, massiv von der Corona-Krise betroffen ist. Ganz Südamerika hat Probleme, aber auch China erreicht zurzeit noch nicht alte Niveaus. Und das wird sehr lange dauern. Ähnlich gilt es für Indien, wo wir ja fast noch am Anfang stehen. Und, meine Damen und Herren, wir haben Branchen, die spüren das noch gar nicht. Da ist das Auftragsbuch zurzeit noch sehr gefüllt. Die Baubranche als Beispiel. Das sind Nachzügler. Auch dort werden wir im nächsten Jahr sehen, dass Umsatzreduktionen und Auftragseinbrüche zu erwarten sind. Was bedeutet das nun für das Rating von Unternehmen? Ertragsaussichten verschlechtern sich. Durch die Kreditzusagen des Bundes müssen Zins- und Tilgungszahlungen geleistet werden. Das Ergebnis ist eine schlechtere Prognose für die zukünftigen Unternehmenserwartungen. Die Tendenz ist ganz eindeutig. Das wiederum resultiert in schlechteren Ratings für ganz viele Unternehmen. Und das ist ja eigentlich auch nur sachgerecht. Denn die Erwartungen in die Zukunft sind schlechter als vor der Krise. Nun, wenn wir das nun umsetzen, wie vergeben wir nun Kredite? Da werden die Unternehmen auf der einen Seite alle davon ausgehen müssen, dass sie ein Stück weit ein risikoreicheres Kundenportföl haben, mehr Risiko tragen müssen, um Umsätze zu tätigen. Auf der anderen Seite werden Sie aber auch sehen, dass wir ein Stück weit Unternehmen haben, die schon vor der Krise ein nicht besonders gutes Rating hatten. Die werden jetzt vielleicht ein ganz schlechtes Rating haben. Und es wird dann dazu kommen, dass hier nur mit Sicherheiten oder Vorkasse noch bedient wird. Ansonsten wird Zahlung auf Rechnung für solche Unternehmen ausgesetzt. Eventuell auch gar keine Umsätze mehr getätigt, wenn man dort entsprechend sachgerecht operieren will. Schauen wir uns an, wie das mit den Kreditversicherungen aussieht, die ja nun teilweise die Sicherheiten für diese Außenstände übernehmen. Nun, die haben das gleiche Prinzip. Auch dort gibt es Abwertungen im Bereich von Branchen, im Bereich von Ländern. Die sind aber sicherlich in Teilen, zumindest für Deutsche, risikenbereit, höhere Risiken einzugehen. Ganz einfach deshalb, weil hier ja der Bund 30 Milliarden als zusätzliche Bürgschaft gegeben hat für Kreditversicherungen, um hier entsprechende Limite zu halten und nicht auch noch zusätzlich dämpfend auf die Unternehmen zu wirken. Eigentlich haben wir auch entsprechende Effekte bei den Kreditinstituten in der Kreditvergabe. Hier ist ja nach Basel II neben dem Kernkapital auch die Idee der sogenannten Risikopuffer für solche schlechten Situationen entstanden. Und nun bleibt abzuwarten, wie Banken darauf reagieren bei der Prolongation zum Beispiel aus laufender Kreditlinien, ob die in gleichem Umfang wieder vergeben werden oder ob man sich dort vielleicht doch wieder auf alte Geflogenheiten zurückzieht und damit die eigentlichen Kunden ein Stück weiter schwächt. Frage, die sich auch stellt, was ist eigentlich mit Zahlungszielstreckungen oder dem vorübergehenden Verschieben von Mietzahlungen, anderen Zahlungen durch Kunden zu halten? In einem Lockdown, meine Damen und Herren, kann es erst kurzfristig dazu kommen, dass keine Umsätze von den Kunden getätigt werden können und dadurch so eine Streckung des Zahlungsziels durchaus sinnvoll ist. Langfristig, meine Damen und Herren, führt das aber dazu, dass ich ja eine Welle von Zahlungen aufbaue und die Frage ist, ob die Unternehmen in angemessener Frist das dann wirklich bewältigen können oder ob sich hier nicht aufgestaute Zahlungsverpflichtungen am Ende vielleicht sogar in Insolvenzgefahr Ausdruck verleihen und damit vielleicht Ausfälle vorkommen. Insgesamt also, wir sehen, wir haben realistische Risikobewertungen, Ratings, die ganz notwendig sind. Tendenziell wird sich das in durchschnittlich schlechteren Ratings niederschlagen, was da zur Zeit passiert. Dieses wird dann auch dazu führen, dass es dann Kunden gibt, die nicht mehr auf Rechnung, sondern nur gegen Vorkasse oder gegen Sicherheiten beliefert werden. Aber natürlich, meine Damen und Herren, gibt es auch Ausnahmen. Wir haben natürlich im Medizintechnikbereich und im Medizinzulieferbereich zurzeit auch Unternehmen, die von so einer Krise profitieren, die Wachstum haben. Auch da muss man genau hinschauen. Oder wir haben Unternehmen, schauen sich den Fahrradhandel an und die Fahrradproduktion. Da haben Sie zurzeit Riesenlieferzeiten. Da werden zum Großteil Kundenaufträge vorgezogen. Und wir werden dann in kommenden Perioden sehen, dass da vielleicht bestimmte Umsatzausfälle eintreten. Das heißt, wenn Sie ein gutes Risikomanagement haben, vielleicht sogar gute technische Unterstützung, die viele solche Dinge automatisiert, sind Sie im Vorteil. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen einen guten Umgang mit Ihren Risiken. Viel Erfolg und bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal. Herzlichen Dank für Ihr Zuhören.